So Leute! Da sind wir wieder! Was war das denn? Nix! So, los geht's! Aua! Hups! Selbstausflöser! To live for dead, ne? Und so! Zurück! Oder so! Na, was passiert? Ey, hörst du mal auf! Du schmeißt mit Molotows nach mir? Nee, ich hab auf deine Flasche geschossen, die du da hängen hast! Böse! Ich will mich in die Luft jagen! Ist ja nix neues, bin ich ja schon von GDR gewöhnt, ne? Halt's mal! BAM! 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 OOOH! Upsa! Gehst du weg? Äh, wie ist es mein? Ach da lang! Ein Außenposten! Äh... HUAAU! Na? Hast du dich wieder mit einem Hunter? Alter, warum geht die Blödenstrusse denn nicht? Also... Manchmal, ne? Hehehe Braun und Tisch! Ey, ich geb dir gleich! Gebs mir! BAM! 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 Ich bin nicht durch Reißfelder oder was das hier sind... Nee, Reißfelder! Warning! Keep arms above head at all time or you will be shut on site! Lade nach! Ich will da nicht durch! Schriechst die Wand an! Kommst ja gar nicht klar! Äh... Geht's nicht lang? Hehehe Ich bin nicht ein Trecker... Huuuua! Faaahhh! Oh mein Gott! Hier ist ein... Trecker! Ja! Trecker fahren! Äh... Glaub, wir müssen da hin... Ne... Äh... Hilfe! Hier hin? Hier irgendwo ist sowas... Hier hin du? Hier sind ganz viele... Strohballen! Hab ich grad eine Witch gehört? Waaah! Äh... Äh... die gibt's auch nicht! Wie ein Toto Krio! Alter, darauf können wir uns verstecken vor dem Tank, glaub ich! Falls wir das von hier aus machen müssen! Wo ist denn das Funkgerät? Keine Ahnung! An dem... Theis... Zecker? Ich hör's nur die ganze Zeit! Ich... Ich... Ist auch so verdächtig ruhig schon wieder! Äh... Äh... Ich... 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 Don El Alter! Ich... Atmen in ewig geht. Keine Ahnung, wo das konkret ist. Alleine will ich hier da nie hingehen. Hier drin. Ja, hier ist es. Ja, erst mal gucken, wo hier das MG steht. Ist da wieder so ein Haus hier. Lieferbanz schon. Effizienz-Klasse. MG schon gefunden? Ne. Oh, ein Kinderzimmer habe ich aber gefunden. Ja, ich habe die Toilette gefunden. Und ne... ...kruselige Puppe. Badewanne! Aua! Was ist denn? Eine Badewanne! Was war das denn? Also, wenn ihr mich sucht, ich bin in der Wanne. Da, wo ist die Puppe hingeflogen? Oh, du Blödsinn. Ja, ich bin so weit, wenn ich hier mal das MG finde. Weil im Haus bleiben ist, glaube ich, gefährlich mit dem Tank. Ja. Aber hier ist kein MG. Aber kein Terrasse oder so, hier oben. Oder geht's noch weiter hoch? Seht mal! Hm. Ja, dann würde ich sagen, ne. High-gewin gleich hier. Ich weiß nur nicht, wo der hinkommt. Oder was überhaupt kommt. Keine... Hallo! Wie da hinten? Ey, was machst du hier? Hilfe, Naht! Verteidigt euch! Hier. Hier. haht sich schon wieder an... Alp! Huch! Geht nach oben durch die Gegend. Hast du Sens denn wieder gemacht? Alter! Toast! 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 So eine Kaffeemaschine. Der Hunter! Das war wohl seine Kaffeemaschine. Machst du denn auch? Da jemand? Aua! Was ist denn hier? Ach du Scheiße! What? Geh mal wieder auf mein Klo hier. What? Jetzt kommt es auch noch von ihm. Haha! Da ist so ein männlicher Zombie geschrien wie in den Weib. Und der Bulle hier Kratz dich den Arsch am... Messen. Okay, da kommt der Big Daddy. Wo? Irgendwo. Oh! Oh, ja. Geht alles. Kuckuckuck, bist du? Der nimmt den Fenster ein. Alter! Hilfe! Hunter! Da gibt's doch nicht. Lässt du das... Lässt du das wohl sein, Kollege? Lade nach! Warum lässt du dich denn immer schlagen, hä? Put, 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 put! Ich will das gar nicht. Ich... Geh da nicht drauf. Äh... Äh... Das hört sich irgendwie... Irgendwie viel an. Hier ist dein Freund! Boah! Mein Gott, ey. Ich und die Hunter, ey. Wir haben immer richtig Spaß zusammen. Irgendwann, nachher wollen sie wieder Zigaretten haben. Der Hunter. Äh! Äh... Da lacht du nicht. Nein! Äh... Puma! Das ist mir gar nicht kurz. Aaaaaaah! Ich tüfe! Ich will nix! Pua! Was wollt ihr? Bleibt draußen! Ihr kommt nicht rein! Ah! Ah! Scheiße! Da ist wieder so ein Zigaretten-Schnorrer! Ah! Scheiße! Da ist wieder so ein Zigaretten-Schnorrer! Da ist schon wieder so ruhig hier! Ja! Da ist doch wieder ein Tenkelmann mal! Müssen den durchs Fenster locken! Da kommt der nicht so schnell durch! Der Fettsack! Leiiiin! Ich hab dich schon längst gerettet! Wie so ein kleines Häschen, was nicht weiß wie es nicht wären! Kommt der Hunter angesprungen! Kommt der Hunter angesprungen! Waaaah! Und da kommt schon der Löse! Waaaah! 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 Das ist jetzt einer noch auf der Couch! Scheiße! Warum eigentlich immer auf mich? Das ist doch mal! Du sorry, einer lieg's nicht auf dem Markt sozeit! Im Prügeln gibt das halt nicht! Noch einer? Hilfe! Schlag auf das scheiß Dien drauf! Da ist der Panzerwagen! Oh Gott! Komm rein! Das ist ein kleines Widerspieler und Schuss! Aaaaah! Dann geht's! Oh! Weg hier! Loll! Hehehe! Feet Teng! Mach's gut! Mach's gut! Mach's gut! Mach's gut! Pff! Oh, tschüs! 510G-Kommandanten! Ha, 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 ha! Hohohoho Hohoho, 13 Minuten Die Überleben konnten fliehen Tja! Wir haben es geschafft! Das war Left 4 Dead 1 Ging fix durch 2.40 Minuten die Gesamtzeit Ja, wir haben Left 4 Dead einen Abend durchgespielt und aufgenommen Läuft Gibt zwar noch zwei Missionen, aber 7 Euro bezahlrede ich dafür nie Weil die andere, die kann man auch bei Left 4 Dead 2 zocken, von daher, wegen der Münch. Hier? Bitte der Hunter. Ja Leute, wann es mit Left 4 Dead 2 weitergeht, weiß ich nicht. Erst mal gucken. Ich versuche mal den Dawid auch noch mit ranzuholen. Das könnte eventuell noch dauern, aber naja, mal gucken. Ja, ich weiß, was ich getan hatte, meine zwölf Folgen sind ja vorbei. Ist doch schon mal was. Danach haben sie bestimmt keine Lust mehr auf mich. Weg mit der Angel, weg! Hehehe. Game of the Year Edition. Unglaublich. Tja, einen letzten wunderschönen Ladevorgang hier. Bei Left 4 Dead 1. Können wir hier gucken. Ja, alle vier durchgespielt. Bei Left 4 Dead 2 ist die Liste doppelt so lang. Okay. Left 4 Dead 2 gefällt mir am besten. Voll geil. Bin besser als das. Ich bin gespannt. Was? Ja. Ich kenn's ja nicht. Aber... Moment. Hm? Können wir mal irgendwas ausprobieren. Hehehe. Hehehe. Äh. Nein! Boah, ich sei doof. Was machst du? Ich bin grad so ruhig bei dir. Spiel jetzt ein Spiel mit dir. Hehehe. Spiel mit mir. Etwas anständiges, ne? Okay. Rest wird offscreen gemacht. Hehehe. Bei GTA. Gehen wir wieder duschen. Hehehe. Das hat das letzte Mal auch nicht funktioniert. Ja, haben sie gepatcht sowas. Keine Ahnung warum die so. Schlau sind. Charakter auswählen, was weiß ich. So wieder oder so. Versus-Modus. Okay. Verlustig. Ich mein, wir haben ja noch ein bisschen. Ist ja letzte Folge von Left 4 Dead 1. Kann man überlegen immer. Hehehe. Du musst nur ein Charakter auswählen. So ja, da war ja was. Ja, wie das Zoe. Hehehe. Hier wird gestartet. Das wird so bescheuert. Für dich. Ja, das war mir klar. Hehehe. Hehehe. Oh, die KI geht immer voll ab. Hehehe. Wir verbinden. Ach, diese wunderbaren Lalezeiten. Die waren damals toll. Play C1 haben meine Spiele schneller geladen. Hehehe. 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 Tor zur Hölle wurde aufgetan. Der Onkel wurde freigelassen. Hilfe! Äh, was bin ich denn für nässlich? Pfff! Hehehe. 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 Juuu. Werde ich mir angeln? Nein. Nicht. Hallo? Ey, die Drecksack. Die haben ja alle... Ach ne, da ist noch ein Midi-Pack. Pfff. Bist du? Komm zu mir! Hehehe. 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 Du bist duuut. Hehehe. Hehehe. Bin dort. Gestorben. Franz ist was. Hi. Hallo? Stürb. Ah! Alter! Boing! 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 Hehehe. Ich hab' volles richtig gehört. Schämst du dich nicht? Ich hab' volles richtig gehört. Die fängt zu legen. Sauerei. Hehehe. Hehehe. Äh, wo ging das jetzt nochmal lang? Verdammt. Hehehe. 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 Also wer halt mich denn hier? Ach, Bill. Scheiße. Mach! Oh! Scheiße! Sack aus! Hehehe. Hehehe. Heu. Da läuft ein Haar. Hehehe. Soll das. If he hehehe. es war einmal ein hunter klettert der solar macht sich schon wie ich mich jedes mal wenn es wieder so blitzt draußen ichnew eubesten ab oder ich wir so gut hier für solch mal ernsthaft spiele jetzt uah pf der erschrocken uah Alter, schon wieder so blöder Wunsch mal, ey, gib mir... Stopp, stopp! Bist du ruhig in dir? Oh, man. Geboxt, der Sack. So aus dem Hinterhalt, ne? Bist du. Ah, hörst du die Schreie? Wir landen auf Tokio. Hallo? Bist du? Äh, freu mich auch rein. Bist du? Bist du hier nicht? Bist du jetzt hier raus? weg, Druse... Bah, bah, bah... die festgelegt die Köln das ist ein Level-Golb, sie sind zu kurz hier bitte seid ihr hinter mir? Hallo? Kommt ihr mal? Hallo? Macht ihr da unten? Würde ich auch wehren, die töten Huuu! Fesselt für zwei Fette Huuu 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 Fuck Huuu 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 Eeeh Das ist ein Löder Penner Huuu Huuu Töt mir nur drei zur auswahl hatten warum geht ihr schon wieder die gleiter nicht hoch die kommt ihr jetzt endlich mal die drei da unten hua ach, wieder penner wie ein hunter oder was voll gekost Angel Angel bist du äh, Bill, was machst du da hinten? komm doch endlich mal ran, ey, wir kommen hier nicht weiter Hallo und da schon wieder Hi, ich hab's ganz dolly oh, ist der doof, Alter, ist der blöd verdammt verdammt Hallo Leute Danke, komm raus, komm raus, was immer du bist Ja, die sehen mich überall, Alter, diese Bot-Scheiße hier Ach, da ist schon der Raum Hehehehe Hehehehe Na, wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ach, kotzen du da! Alter, kotzen du! Mit mehreren Spielern macht das auf jeden Fall Bock Ja Huch! Hä? Ja, jetzt muss ich ja überleben Ja, jetzt muss ich ja überleben, aber wir sind da über eine halbe Stunde So lang soll's auch wieder nie werden Wenn keiner nen besseren Plan hat, sollten wir dorthin Wir sagen erstmal Tschüss, tschüss, und bis zu Leftfall-Air 2 irgendwann in 100 Jahren Hehehehe Tschüss!